Ernst Kassierer, vollständiger Name Ernst Alfred Kassierer, war ein deutscher Philosoph. Er forschte und lehrte zunächst in Berlin ab 1919 als Philosophie-Professor an der Universität Hamburg. 1933 wurde ihm als Juden dort der Lehrstuhl entzogen. Im selben Jahr verließ er das nationalsozialistische Deutschland und ging zunächst nach Großbritannien ins Exil, wenig später nach Schweden, wo er 1939 schwedischer Staatsbürger wurde 1941 schließlich in die USA. In der Emigration war er Gastprofessor in Oxford, anschließend Inhaber eines philosophischen Lehrstuhls in Göteborg und später Professor an der Yale-Universität und an der Columbia-Universität in New York. Bekannt wurde Kassierer durch sein kulturphilosophisches Hauptwerk die Philosophie der symbolischen Formen. Daneben verfasste er eine Reihe von Erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen und philosophiehistorischen Schriften. Leben Kassierer wurde als Sohn des jüdischen Kaufmanns Eduard Kassierer und dessen Ehefrau Eugenie Kassierer in Breslau geboren. Nach dem Abitur am Johannes-Gymnasium Breslau studierte er ab 1892 zunächst Rechtswissenschaft, bald darauf deutsche Literatur und Philosophie an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. Er hörte 1893-94. Friedrich Paulsen in Philosophiegeschichte und auch Georg Simmel überkannt, als dieser in einer Nebenbemerkung die Arbeiten Hermann Coens als herausragend lobte, beschaffte sich Kassierer kurzfristig dessen Arbeiten und setzte sich intensiv mit ihnen auseinander. Ab 1896 wechselte er nach Marburg, wo er in den unmittelbaren Studentenkreis Goens aufgenommen wurde und sich damit der Marburger Schule des Neukantianismus anschloss. 1899 promovierte er bei Hermann Coen und Paul Nathorp über Descartes Kritik der mathematischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnis. 1902 heiratete er seine Cousine Toni Bondi, mit der er drei Kinder hatte. Seine Arbeit über Leibniz System wurde zwar preisgekrönt, aber an mehreren Universitäten als Habilitationsschrift nicht angenommen. 1906 habilitierte sich Kassierer schließlich mit der Studie Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit in Berlin. In den nächsten 13 Jahren war er dort Privatdozent und arbeitete vor allem an den Grundlagen seines Erkenntnistheoretischen Werkes. Für die zweite Auflage der Habilitationsschrift erhielt er 1914 den Kuno-Fischer-Preis der Universität Heidelberg. 1919 folgte er einem Ruf an die neu gegründete Universität Hamburg, wo er bis zu seiner Entfernung aus dieser Position 1933 als Professor für Philosophie tätig war und 1929-30 sogar das Rektorat inne hatte. Damit war er einer der ersten deutsch-jüdischen Rektoren an einer Universität in Deutschland. 1923 bis 1929 veröffentlichte er sukzessive sein dreibändiges Hauptwerk die Philosophie der symbolischen Formen. Damit schuf er eine bedeutungstheoretische Lehre von der Gestaltung der Wirklichkeit durch den Menschen. Sein Ziel ist es in Ergänzung und Abwandlung kantischer Ideen, die Verschiedenartigkeit von Zugangsweisen zur Welt wie Mythos, Religion, Wissenschaft, Sprache, USW, durch Symbole aufzuzeigen. Darüber hinaus arbeitete Kassierer an der Hamburger Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg mit ihrem als Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler sehr bekannten Gründer Oebi Warburg eng zusammen. Hier entstanden einige Studien insbesondere zur Renaissance. Seine Antrittsrede als Rektor vom November 1929 Formen und Formwandlungen des philosophischen Wahrheitsbegriffs ist ein engagiertes Bekenntnis zur Verfassung der Weimarer Republik. Ebenfalls 1929 kam es auf einem philosophischen Symposium im Rahmen der Davoser Hochschulkurse zu einem nicht nur in Fachkreisen viel beachteten Streitgespräch zwischen Kassierer und Martin Heideggern über die Frage Wie ist Freiheit möglich, im Anschluss an die prinzipielle Differenz in der Kant-Interpretation? Heideggers Auftreten als nonkonformistischer Rebell der Philosophie wurde dabei von Zeitgenossen überwiegend äußerlich als beeindruckender empfunden, als die kultivierte Seriosität des großbürgerlichen Kassierer. Aber inhaltlich blieb die Auseinandersetzung unentschieden. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten emigrierte Kassierer sofort nach England. Er hatte schon im April 1933 um seine Entlassung als Ordinarius der Hamburger Universität nachgesucht, als die Bücherverbrennung bereits begonnen hatte und nachdem am 7. April das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erging, welches sich insbesondere gegen deutsche Beamte jüdischer Herkunft wandte. Zudem hatte der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund landesweit die Aktion wieder den andeutschen Geist gegen jüdische Professoren und Studenten an allen Hochschulen und in den Hochschulstädten unternommen. An der Universität Oxford lehrte er anschließend als Gastprofessor. Schon zwei Jahre später übernahm er einen philosophischen Lehrstuhl an der Universität Göteborg und wurde 1939 schwedischer Staatsbürger. 1941 übersiedelte Kassierer in die USA und lehrte dort zunächst an der Yale University in New Haven, ab 1944 dann an der Columbia University in New York City. In die New Havener Zeit fällt seine Schrift Essayon Mann, in der Kassierer seine kulturphilosophische Theorie der symbolischen Formen zu einer anthropologischen Philosophie ausbaut und seine Grundgedanken, auch für ein breiteres Publikum zusammenfasst. Ernst Kassierer starb im April 1945 in New York City an einem Herzanfall. Sein Grab befindet sich in Westwood auf den Cedar Park Bethel Cemetery in den Gräbern der Kongregation Harbonim. Seine Analyse zur Entstehung des Nationalsozialismus in vom Mythos des Staates erschien erst nach seinem Tod. Philosophie Überblick Die Philosophie Ernst Kassierers wird einerseits dem naturwissenschaftlich orientierten Neukantianismus der Marburger Schule zugeordnet. Über die Kategorie der symbolischen Formen und Themen der Sprachphilosophie nahm Kassierer aber auch genuine Denkströmungen des 20. Jahrhunderts auf und formulierte eine eigenständige Kulturphilosophie, die in der Rezeption besonders hervorgehoben wird. Außerdem entwickelte er eine philosophische Anthropologie, die schließlich in der von der eigenen Biografie mitbegründeten staatsphilosophischen Arbeit mündet, in der er sich mit dem Phänomen des Nationalsozialismus auseinandersetzt. Erkenntnistheorie In Marburg befasste Kassierer sich ab dem Herbst 1896 zunächst mit der Aufarbeitung der Erkenntnistheorie. Hierzu entstanden die Dissertation über Descartes und die zwar preisgekrönte, aber nicht als Habilitation angenommene Arbeit über die wissenschaftlichen Grundlagen von Leibniz' System, in der er das mathematische Denken von Descartes bis Leibniz als Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnis beschrieb und sich mit der Thematik der Relationen und der Kontinuität auseinandersetzte. Im nächsten Schritt erweiterte er seine Fragestellung auf die Erkenntnis im Allgemeinen und publizierte 1906 und 1907 die ersten beiden Bände der vierbändigen Geschichte zur neueren Entwicklung des Erkenntnisproblems. Kassierer lehnte sich dabei eng an Paul Natop an. Ein an die Sinnlichkeit gebundenes a priori lehnt Kassierer ab. Raum und Zeit sind daher nicht mehr a priori, sondern erste Anschauungen. Kassierer erkennt nur noch das an die Vernunft gebundene a priori als regulatives Prinzip an. Das a priori ist eine Voraussetzung für jedes Tatsachenurteil, aber nicht feststehend wie die Kategorien Kants. A priori sind logische Invarianten, die jeder Bestimmung naturgesetzlicher Erfahrung zugrunde liegen. Die Vertreter der Marburger Schule geben damit eine wesentliche Annahme Kants auf, nämlich den Dualismus von Sinnlichkeit und Verstand. Daraus folgt eine Veränderung hin zum Idealismus. Mit der Schrift Substanzbegriff und Funktionsbegriff begann sein eigenständiger Weg. Kassierer zeigt, dass Begriffe der Mathematik und der Naturwissenschaften Relationenbegriffe und keine Dingbegriffe sind. Mit Begriffen wird demnach eine Dinglichkeit erst erzeugt. Die Begriffe der strengen Wissenschaften sind laut Kassiererglieder einer Reihe, in der sie das Mannigfaltige der Anschauung in bestimmter Weise verknüpfen und gemäß einem vorgeschriebenen Gesetz in einem unendlichen Prozess des Fortschritts der Wissenschaften durchlaufen. Der Erkenntnisgegenstand ist für Kassierer ein Gewebe von Relationen. Die Einheit von Denken und Sein ergibt sich aus den beiden Prinzipien der Konvergenz der Reihe und der Konvergenz der Erfahrung. Theorie der Natur ist keine Spekulation, sondern Beschreibung des Gegebenen mit der Symbolsprache der Mathematik, in der keine Abbildung stattfindet, sondern nur eine eindeutige Beziehung als Relation hergestellt wird. Empirische Wissenschaft ist die analytische Zergliederung und die synthetische Verknüpfung von Teilsystemen zu einem Ganzen. In der damals aktuellen physikalischen Diskussion sehr gut bewandert, gilt Kassierer am Prinzip der kritischen Methode Kanz auch nach Neubeurteilung des Raumzeitverhältnisses durch die Relativitätstheorie fest und nahm mit ähnlichen Positionen auch zum mathematischen Intuitionismus und zu den Paradoxien der mengenleere Stellung. Amortgate Amortgate Vielen Dank.